Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Zum zweiten Mal gastierte die European Tour in der Wunderino Arena von Kiel zu den Baltic Sea Darts Open. Und dort ist die Serie der deutschen Teilnahmen in den Final-Sessions der European Tour erst mal gerissen. Darüber und über einige anderen Sachen sprechen wir in der heutigen Folge von Shortleg Kompakt, dem Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Wir rotieren wieder weiter fleißig durch und sind in dieser Woche wieder beim Duo Marvin Van Bum und Kevin Barth gelandet. Hallo Kevin. Hallo Marvin. Ja, letzte Woche war ich, glaube ich, zu nix zu gebrauchen, als ich da aus Wien bzw. Klagenfurt zurück war von den Staatsmeisterschaften im Steel Dart. Aber jetzt bin ich wieder, ja, voll begeistert und mit allem dabei. Das ist doch super, dann würde ich sagen, verlieren wir auch nicht viel Zeit, nur kurz der Hinweis am Anfang. Natürlich, wo ihr die Shortleg Kompakt-Folgen hören könnt, auf dem Daten YouTube-Channel ist das möglich oder auch auf Patreon. Da seid ihr für ein paar Euro im Monat mit dabei oder auch per Abo auf Spotify. Unterstützt uns gerne, liked uns gerne, abonniert uns. Wenn ihr Fragen habt, alles am besten an die Social-Media-Accounts von Daten.de. Ja, was steht heute auf der Agenda? Gar nicht mal so viel, würde ich sagen, aber dafür recht größere Themen. Wie schon gerade im Intro gesagt, die Baltic Sea Darts Open werden unser Hauptthema sein. Dann war der vorletzte Premier League Spieltag natürlich auch noch in der letzten Woche, den wir heute besprechen. Und wie immer auch Darts aus aller Welt und die Vorschau auf die nächsten Dart-Tage. Ja, dann gehen wir rein ins Thematische und zwar mit dem Baltic Sea Darts Open. Wir sind gestern zu Ende gegangen und wir haben in Rob Cross einen Mann gefunden, der seinen zweiten European Tour-Titel einfährt. Er bezwingt nacheinander Mike Kaifenhoven, Steven Bunting, Richie Eddhaus, Madas Rasma und im Finale auch dann Luke Humphreys. Ja, Kevin, ein Mann, der oft im Finale stand, lange gewartet hat auf seinen ersten Sieg, aber jetzt dann Titel Nummer zwei eingefahren hat. Ja, und gerade auch in den vergangenen Monaten immer wieder Ergebnisse hatte, wo man dachte, Mensch, so gut gespielt, so unglücklich verloren. Und dann hatte man eigentlich eher das Gefühl, in letzter Zeit, es läuft wieder schlechter und die Chance, bald mal was Größeres zu gewinnen, dieses Momentum aufrecht zu erhalten, die ist vielleicht dahin. Aber dann hat er eben dieses Wochenende stark zurückgeschlagen. Seine ersten beiden Spiele, allererste Kategorie definitiv, ich denke, im Viertelfinale ein bisschen Glück gehabt. Aber ja, am Ende dann halt nochmal dieses Endspiel gegen Luke Humphreys mit 3 zu 5 zurück und dann diese Reaktion zu zeigen. Bei anderen wäre da das Licht ausgewiesen. Bei Rob Cross, da sind die Birnen erstmal richtig in Fahrt gekommen. Ja, passend zu Voltage ist deinem Spitznamen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast es gesagt, lass uns vielleicht kurz direkt mal das Finale besprechen. Das war ein Endspiel auf sehr, sehr hohem Niveau, muss man sagen. Also auch in vielen Kategorien, auch in vielen Set-Bereichen einfach ausgeglichen. Du hast es schon gesagt, 3 zu 5 lag Cross zurück. Luke Humphreys wirft den neuen Data zum 5 zu 3. Und da denkt man natürlich, okay, Humphreys auch mit dem Rückenwind dann jetzt nochmal, das wäre ganz, ganz schwer. Aber Cross hat nicht lange gebraucht, um das abzuschütteln. Die Antworten von ihm waren dann wirklich sehr stark. Ja, also 9-Darter, 141er Finish von Luke. Und dann kommt Cross aber mit 11 und 15 Darts zurück. Also sofort, das aus den Klamotten geschüttelt, Humphreys mit einer Möglichkeit noch zum 7 zu 5 zu kommen. Einen Breakdart auf die Doppel-15, glaube ich. Den trifft er nicht. Cross stiehlt das, Leck vielleicht. Und ja, spielt dann zweimal 12 Darts. Also ist dann plötzlich er in dieser Phase derjenige, der dem Spiel den Stempel aufdrückt. Der 5 der letzten 6 Lacks gewinnt. Wie gesagt, mit 2,12 Darts dann abschließt. 100 zum Match checkt. Humphreys in diesem Lack weit zurück gewesen. Da hätten es auch noch ein paar mehr Matchstarts sein können. Ich denke, lobend erwähnen kann man hier auch den Finalsbild der beiden, den die beiden da an den Tag gelegt haben. Also sehr, sehr fair, kommen ja auch sehr, sehr gut klar. Und muss man auch sagen, dieses Finale gab es ja in der Vergangenheit auch sehr, sehr oft auf der Europäentour. Und das ist nicht das erste Mal. Und oft hatte Humphreys natürlich die Nase vorne. Dann letzten Jahr dann Cross dann ersten Europäentour-Titel dann eingefahren. Und jetzt dann Nummer 2 bedeutet auch gleichzeitig, dass Cross jetzt an Gavin Price vorbeigezogen ist. In der Order of Merit jetzt die neue Nummer 5 der Welt. Und ich habe hier noch jetzt zwei Stats mitgebracht. Oder zwei, ja, man könnte fast sagen, ja, Fragen an dich. Oder vielleicht kommst du drauf, dass wir die Spieler nochmal zusammentragen. Quasi eine Trivia, so ein bisschen. Schon so früh im Podcast. Ja, ich habe, das passt jetzt einfach gerade thematisch ganz, ganz gut rein. Und zwar sind Cross und Humphreys zwei von sieben Spielern, die in mehr als zehn U-Pintour-Finals gestanden haben. Kingen wir die anderen fünf noch zusammen? Ja, Serven ist ja einfach. Ja. Und Wright. Auch der. Und, äh, mh, tja, dann wird es schon interessant. Äh, Michael Smith. Ja. So, dann fehlen noch zwei. Ähm, Ian White. Nee. Äh, knapp nicht. Ja, dann ist die Frage, wie das mit Taylor war. Auch nicht. Es sind zwei Bekannte, noch aktiver. Ja, dann, dann, dann wäre ich jetzt noch bei Price gewesen. Ja, Price ist noch einer. Und, äh, und dann, tja, Clayton. C ist ganz gut am Anfang, aber Clayton ist es nicht. Ach so, äh, ja, ja, Allen? Nee. Okay, dann, dann weiß ich gerade nicht so genau. Dave Chisnell. Ja. Oh. Ja, okay. Okay, darauf hätte man kommen können. Chris, Cross und Humphreys, ja. Ja, aber Tizzy, das geht oft unterm Radar weg, ne? Das, das definitiv. Ja, wenn man dann auch wieder sieht, wie er sich da am Samstag nach 5-2-Führung gegen Rasma verabschiedet hat, ist das kein Wunder. Absolut, absolut. Und Cross ist jetzt auch der achte European Tour-Sieger, der ein Final-Avage 100 plus gespielt hat. Und zwar seitdem das, äh, Format jetzt seit 2018, äh, angehoben worden ist in den letzten beiden Spielen, kriegen wir vielleicht da auch nochmal die acht Spieler. zusammen, die ein 100 plus Average, Turnier-Average geliefert haben. Auch das, äh, das ist so ein bisschen schwieriger noch, also, ja, den üblichen Namen wahrscheinlich auch wieder hier, aber auf einen, glaub ich, da kommt man nicht auf. Ja, äh, Turnier-Average oder, Turnier-Average oder Endspiel? Nee, wirklich Turnier-Average, 100 plus Turnier-Average. Hm. Ja, gut, äh, jetzt, wenn du sagst Cross, dann bin ich mir ziemlich sicher, Humphreys und Littler sind auch dabei. Ja, die beiden auf jeden Fall. Und, und von Kervin müssen dabei sein. Ja, auch dabei. Ja, und dann, ähm, wie ist es denn dieses Mal mit Ian White? Nee, hätte ich da versuchen. Also, weil, weil der halt so eine Phase hatte, wo der zwei oder drei European Tour Turniere gewonnen hat, ähm, ja, dann sind wir jetzt bei vier. Ähm, ich würde nochmal auf Price gehen. Ja. Fünf, äh, bei Ride bin ich mir nicht sicher. Ride ist auch dabei. Sechs. Ist es dann wieder Chizzy? Nee. Okay. Das heißt, es sind jetzt noch zwei übrig. Ähm, genau. Huhuhu, das, also ich wüsste jetzt, dass ich Jamie Hughes ausschließen würde. Oh ja, nee. Huch. Naja, er hat ein European Tour Event gewonnen, ne? Ja, ja, das stimmt. Das muss man ja, ähm, muss man ja sagen. Oh. Ja, also Michael Smith war es jetzt noch, den hattest du noch nicht. Okay, ja. Und auf den letzten, glaube ich, da kommt man nicht drauf. Da, da kommt man nicht drauf. Äh, Ratajski? Nee. Aktuell spielt er keine Rolle mehr. Devin Peterson. Mhm. Ach Gott, das war dieses Turnier vor irgendwie zwei, dreihundert Zuschauern in Hildesheim oder sowas. Auf jeden Fall in seiner Phase, wo er auf einmal unglaublich gut gespielt hat. Ja. Ja. Ein paar Wochen. Okay, okay. Ja, interessant. Nee, gut. Aber trotzdem, ist ein elitärer Kreis, muss man sagen. Ja, absolut. Also, ähm, auch ein Spieler, Rob Cross, ne, der einfach, bei dem manche immer gesagt haben, da stürzt jetzt irgendwann mal ab die nächsten Jahre, ähm, aber man hat eher das Gefühl, er ist konstanter geworden, er, äh, während andere die Probleme bekommen. Das definitiv. Luke Hampel ist natürlich, muss man auch sagen, wieder ein tolles Turnier gespielt. Ja. Neue Data im Finale. Also, das war schon wieder sehr, sehr gut, was Kuhl und Luke uns da gezeigt hat. Dann, äh, reden wir vielleicht über die Halbfielerlisten. Denn den Nop hat natürlich einen Spieler, den sieht man da häufig. Also, ich bin auch echt mittlerweile gar nicht mehr überrascht, also, weil der ist einfach auf der Pro-Tour immer dabei, ne, auf der Europäen-Tour auch, ganz oft weit vorne. Na, er muss es halt zu Ende spielen. Das war jetzt, ich glaube, wir zwei waren beim letzten Mal auch zusammengesessen, wo ich gesagt habe, äh, eigentlich war das der Punkt, an dem Luke Littler zu stoppen gewesen wäre, gegen Noppert. Und er hat es halt nicht geschafft. Und so war das gegen Humphreys auch. Das war, ähm, berichtigt dann, glaube ich, Humphreys kann es auch mit dem B-Game, ähm, in diesem Spiel gegen, gegen Noppert. Das war einfach, der hat seine Chancen nicht genutzt. Der hat in drei unterschiedlichen Lacks nacheinander Darts auf Doppel gehabt, wo das Spiel eine ganz andere Wendung kriegen kann. Macht er nicht. Und, ähm, ja, mittlerweile, also, ich würde mich nicht wundern, wann er, wenn er bald nochmal einen weiteren Schritt macht. Es ist nur sehr, sehr schwer zu sagen, wann. Weil diese, diese vermeidbaren Niederlagen, diese, hey, abgestürzt Superspiel gegen Barney zum Beispiel, wieder auch gehabt an diesem Wochenende, aber halt nicht bis ins Ziel. Ja, Mann, das Rasma, den, glaube ich, hatte fast keiner da auf dem Zettel, ne? Also, das ist, äh, sein zweites Jupit-2-Halbfinale tatsächlich, also, äh, Jupin, da hat's Match Pläts 2022, hat er das schon mal geschafft. Das müsste dann in Trier gewesen sein, vom Namen her, des Turniers. Vielleicht. Ja, das, ähm, kam durchaus überraschend. Ja, ähm, dieser Rückstand, den so aufzuholen gegen Chizzy im Viertelfinale, hat er schon auch davon profitiert, dass Ryan Searle nicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber da erinnere ich mich dann auch an einen 13-Darter zum genau richtigen Zeitpunkt und ein 116er-Finish zum Match gegen Searle, also, ähm, da waren schon auch viele gute Dinge dabei. Es ist dieses, ich starte auf der Triple-19, scheint also aber auch in den späteren Runden eine Geschichte zu sein, ähm, ja, es war überraschend, weil man ihn jetzt schon länger nicht mehr in dieser Konstanz, ähm, erlebt hat, aber, ja, respektabel, da so weit zu kommen und dann auch, äh, gegen Cross nach, ja, der 0-3-Rückstand war halt so ein bisschen der Neckbreaker da, aber er ist dann nochmal gut zurückgekommen, hätte sogar noch auf 5 zu 6 verkürzen können, hat es dann halt, glaube ich, bei 65 Rest oder so nicht geschafft, sich da, äh, einen Dart auf Doppel zu erspielen, aber kann, glaube ich, zufrieden sein. Ja, definitiv, einer rutscht irgendwie immer so durch, ne, von den, von den, sag ich mal, Spielen aus der zweiten und dritten Reihe, jetzt war es in dem Fall mal kein Deutscher, ich hab's im Intro ja gesagt, ähm, in diesem Jahr war es bisher immer der Fall, jetzt beim sechsten Event dann zum ersten Mal nicht, dass, äh, ein Deutscher in der Finalsession mit dabei war, zuletzt war das, äh, in Budapest dann der Fall im letzten Jahr, Ende September, also ist schon eine ordentliche Zeit her gewesen, dass kein Deutscher dann mindestens unter den letzten acht gestanden hat, dort ist Richie Ethos ja zurzeit wirklich Stammgast, ähm, Wahnsinn, was der aktuell, aktuell auspackt, ähm, ich hab jetzt vor allen Dingen das Spiel auch gegen Riccardo, äh, vom Timing her, auch im Kopf, im Achtelfinale, wo Riccardo wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, aber Ethos einfach eisekalt die Dinger da rauscheckt, äh, gar nicht mal jetzt so krasse Zahlen an den Tag legt, du hast gesagt, Schoss hat ja auch ein bisschen Glück im Filifinale, da hat Ethos nämlich den Matchstart vergeben, das hätte dann auch in Richtung Ethos gehen können, ja. Das, das, das ist halt genau die Geschichte, äh, Ethos hat da, ähm, äh, hat da ganz, ganz viele Sachen, äh, auch mit diesem Timing lange gut gemacht, also, äh, ich hab hier von einer Finishing Masterclass, äh, geschrieben, und, und, finde das auch immer noch, also, er, er liegt hinten, äh, nee, er liegt 3-1 vorne, und dann, äh, ja, er checkt dafür 70, 72, Cross bleibt dran, aber dann wieder Ethos, 110 und 108 gelöscht, also, alle solche Dinge, aber dann vergibt er erstens den einen Matchstart und danach hört er das Scorn auf, und Cross reichen zwei 18-Darter, um in dieser Phase dann vorbeizuziehen, also, da hat er dann das Glück, dass du irgendwie anscheinend immer auch in so einem Turnier ein bisschen brauchst, da hat er das dann aufgebraucht, also, Ethos ist auch mir nicht entgangen, dass der gerade vielleicht so ein bisschen den, welche, welches Beispiel würde ich jetzt, ähm, äh, Lukmen, dass der vielleicht gerade den Lukmen macht. Ja, kann man sicherlich ganz gut vergleichen, der reitet wirklich gerade so ein bisschen die Wetterliste-Folks, Richie, Aethouse, Madhouse, ich glaube, das Video von Dan Dawson haben wir jetzt auch auf X schon, äh, also, was er mal postet, ist ja von, von Arjan van der Giesen, was er damals da, äh, eingesprochen hat, oder sich versprochen hat, ich glaube, das, äh, ja, haben wir jetzt schon öfter auch gesehen, viele Leute, die auf X unterwegs sind, ja, ich würde gerne noch Michael van Gerben besprechen, in Philippinale ist dann nämlich ja ausgeschieden gegen Luke Humphries mit 3 zu 6, denn für den wird's jetzt eng, nämlich, was die nächsten European Tour Events angeht und seine Setzposition, denn er muss jetzt in Ross Mahlen ordentlich liefern, äh, macht van Gerben das nicht, wird es bedeuten, dass van Gerben aktuell dann auch bei den nächsten European Tour Events nach Ross Mahlen am Freitag starten muss, ist dann nicht mehr gesetzt. Das, äh, ist wahrscheinlich sehr, sehr lange her, ich hab jetzt keine Zahl, aber zuletzt van Gerben umgesetzt auf der European Tour, äh, weiß ich nicht, wann das zuletzt der Fall war. Ja, 12 war ja auch das Jahr, wo dann die Erfolge allmählich kamen, also wenn, dann würde mir 12, 2-12 einfallen. Ab 13 muss er eigentlich immer gesetzt gewesen sein und sehr überraschend, wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit er in einer Zeit lang diese Titel um Titel abgeräumt hat und man dann das Interview noch in Erinnerung hat, van Gerben gewinnt gegen Mensur in einem Finale und dann ging's um drum und dann haben wir bald das nächste European Tour Event. Michael, da bist du auch dabei und Mensur im Hintergrund, oh, please no. Also, daran kann ich mich noch erinnern, was so ein bisschen den Gemütszustand anderer Spieler betroffen hat, dieses, ja, European Tour. Da bleibt mir meistens eher der zweite Platz. Das ist jetzt halt einfach gar nicht mehr so, weil die Leistungen so unfassbar schwankend sind. 107 gespielt am Samstag, dann irgendwie durchgewurschtelt am Sonntag im Achtelfinale und dann im Viertelfinale hält er sich erst mit tollem Finishing über Wasser, führt da 3-2 und dann lässt erst das Scoring nach und später auch nochmal das Finishing und Luke Humphreys lässt sich dann halt nicht zweimal bitten und Anfang 90 reicht dann in so einem Spiel halt nicht, um dann doch wieder die Average-Keule rauszuhalten. Er ist auch gegen Gilding zuvor schon am Nachmittag nicht gut, ne. Dafür war es gegen Russell Neymann, dann am Samstagabend sehr, sehr gut. Also, aktuell wirklich die Probleme bei Van Gerven, dass er diese Spiele in Konstanz hat bringen kann. Also, das ist tatsächlich sehr überraschend. Ein anderer, Mike, Mike de Decker, auch mit seinem zweiten Juppinto-Filchfinale, das hätte auch so ein bisschen der Weg von Martin Schindler sein können. Vielleicht schaffen wir so auch den Sprung zu den deutschen Teilnehmern. Martin Schindler, nachdem er ja die Pro-Tour-Events in Hildesheim krankheitsbedingt abgesagt hatte, aufgrund von einer Bronchitis, war dann in Kiel wieder dabei, musste am Freitagabend ran gegen Mike de Decker. Ja, war okay, war jetzt wirklich nicht schlecht, ne. 3-6 gegen Mike de Decker da verloren. Er hat halt da die Situation nicht ausgenutzt, die er den Wochen zuvor einfach gemacht hat und der Decker wirklich mit einem soliden Spiel und auch einem soliden Turnier, der danach auch noch einen Krzysztof Wartreiski rausnimmt und dann auch einen schwächenden Demonheader schlägt. Also auch für Martin war der Draw wieder eigentlich ganz gut. Schade, dass er jetzt dann auch sicherlich nicht bei voller Kraft war. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist, dass auch jetzt sich meine Meinung zu Martin und seinem Mindset nach diesem Titel, den er geholt hat, nicht verändert hat, dass ich mir bei ihm am wenigsten Sorgen mache und sage, ja, der wird das schon alles wieder auf Schiene bringen, der wird wieder fit werden. Und also es ist unglücklich, es ist schade. Es war ein Top-Niveau von beiden in der Anfangsphase. Es konnten beide natürlich nicht halten. Und Martin war dann derjenige, der es noch weniger konnte, der halt dann ein bisschen abreißen lassen musste, der das dann halt 3 zu 6 verliert. Aber das ist für mich eine, ja, eine Randnotiz. Am Ende dieses Jahres wird diese Phase, glaube ich, nicht die sein, auf die wir gucken. Das wird jetzt, das ist kein Trend, den ich da jetzt ablese bei Martin. Das sieht vielleicht bei Gabriel Clemens doch ein bisschen anders aus. Sein der Weltcup-Partner dann bald auch in Frankfurt. Er steht am Ende leider wieder an der Erstrunden in der Lage zu Buche gegen Andy Bartens mit 5 zu 6. Wenn man sich die Stats anschaut, ist es alles okay. 94-Average, ja, damit gewinnt man auch viele Spiele, aber damit kann man eben auch Spiele verlieren. Ja, er kommt irgendwie in den Decider noch gegen den Belgier, dann startet er da aber mit nach 25. Und das ist dann natürlich, ja, irgendwie zu wenig. Ich erinnere mich gegen Dimitri Vandenberg, war es ja auch im Decider eine 26, die ihn damals kaputt gemacht hat, in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition. Jetzt kommt er mit der 25 rein. Es ist weiterhin so ein bisschen freaks gerade, auch jetzt in Hildesheim kein Fund eingespielt, kein Fund. Jetzt hier wieder bekommt er für die Ranglisten gar nichts. Natürlich eine Woche zu vergessen. Ja, absolut. Wahnsinn. Also dieses Timing ist komplett abhandengekommen. Da waren ja nicht nur die 25. Es waren ja insgesamt 11 aus 12 Darts, kein Trippel, kein großes Trippel. Und ja, da gab es letztens ja das ein oder andere gute Resultat auf der European Tour. Aber wie es scheint, sind das dann zumindest bei den Ergebnissen Ausreißer nach oben gewesen. Spielerisch ist alles okay. Aber er verliert diese Spiele, diese Knappen aktuell halt einfach zu oft. Und das kann dich halt einfach mürbe machen. Ja, definitiv. Was das World Matchplay angeht, bin ich sehr skeptisch. Das rückt dann jetzt einfach auch schon bei 6000 Pfund. Und es hätte noch mehr benötigt. Das wäre nur die Gap aktuell zum letzten Platz, die jetzt wieder James Wade innehat. Das ist noch offen. Also da ist auch noch was zu spielen. Da wäre er aktuell sogar qualifiziert. Das würde ich nicht ausschließen. World Matchplay, glaube ich, wird in der Form aktuell sehr, sehr schwierig. Aber mit einem guten Warnen geht natürlich auch wieder einiges. Also ausschließen will man es auch nicht. Aber aktuell spricht einiges leider dagegen. Dort bei beiden Turnieren mit dabei sein wird Riccardo Piteczko. Er gewinnt am Samstag sein Auftaktspiel in der zweiten Runde gegen den deutschen Hostnächsten Qualifierer Moritz Hilger. Ganz souverän mit 6 zu 0. Ja, das war eine Pflichtaufgabe. Ich denke, da sind wir uns einig. Und dann schon dieses Spiel gegen Richie Aethos, das ich gerade schon so ein bisschen angeteasert hatte. Er spielt dann 99er Average und fand ich eigentlich deutlich verbessert. Ging dazu in den letzten Wochen. Hat auch irgendwie Spaß verkörpert. Es sah aus, als ob man Bock hätte. Aber ja, Aethos hat ihn da eben auch dann mit diesen Highfinish-Sensan gezogen. Aber eigentlich wahrscheinlich wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Ja, ist halt jetzt die Frage, wie sehr das jetzt wieder den Spaßfaktor zerstört hat. Ich kann da nicht so richtig reingucken bei Riccardo. Also auch ein Spiel, wo man denkt, hey, hätte er gewinnen können. Wo dann Aethos eigentlich in der Position ist, auch vom Average, wie Gaga am Freitag war. Und er gewinnt es halt. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall gab es 4.000 Pfund für die Achtelfinal-Teilnahme. Und diese 4.000 Pfund kann auch einstreichen. Franz Rötsch zum zweiten Mal in seiner Karriere jetzt in einem Yubinto-Achtelfinale gewesen. Nach den International Darts Open 2020. Also auch schon ein paar Jährchen her. Macht Spaß, definitiv. Auch in Hillesheim ja nachgerückt am Anfang der Woche. Da auch zweimal die erste Runde überstanden. Hier schlägt er am Freitag. Zunächst Haupai Pua mit 6 zu 4. Dreht er einen Rückstand. Und ja, zum Auftrag des Samstags dann auch erfolgreich gegen Josh Rock mit 6 zu 3. Am Ende dann im Achtelfinale gegen Denenoppa 2 zu 6 verloren. Ja, das kann sicherlich passieren. Aber Franz Rötsch, ja, der Spieler vielleicht aus der zweiten Reihe ohne Torkarte aktuell, vielleicht abgesehen von Nico Springer, der am meisten Spaß macht, Kevin. Ja, er hat sein Formtief, denke ich, überwunden, das er, finde ich, schon auch gehabt hat. Keine gute Q-School irgendwie gespielt. Also leistungstechnisch hat mir das gut gefallen. Ich meine, er muss am Freitag sich da halt auch durchkämpfen und hat halt auch ein bisschen das Glück, dass der Gegner dann durchaus auch nicht unbedingt sein bestes Spiel macht. Josh Rock hat auch schon bessere Tage gesehen, aber Franz kommt gut zurück nach einem 0 zu 2 Rückstand, spielt im genau richtigen Moment einen 13-Darter und hat dann am Ende noch, glaube ich, 74 rausgenommen im letzten Leg und verdient sich damit dieses Weiterkommen. Und am Sonntag, ja, gegen Noppert verlieren aktuell viele. Also Rötsch hat definitiv wieder einen Schalter gefunden, die richtige Abbiegung vielleicht. Es ist halt immer die Frage, wie nachhaltig ist das? Also man hat 2020 bei diesem Achtelfinale schon gedacht, hey, Franz Rötsch und was da kommen könnte. Und danach ist die Entwicklung aus meiner Sicht nicht so richtig fortgeschritten. Und jetzt ist das wieder deutlich besser. Natürlich zeigt das auch dieses Wochenende. Aber es ist halt die Frage, was kann er daraus machen? Wie konstant kann er werden? Weil das ist ja durchaus bei ihm immer eine Achillesferse gewesen. Da war alles möglich in alle Richtungen. Dennoch sind das 8.500 Pfund, die er jetzt eingespielt hat in diesem Jahr. Das ist genauso viel wie zum Beispiel auch ein Mensa Sulevic und zum Beispiel auch mehr als ein, ja, bei John Rodriguez, ein Paul Krone. Ich will es mal ein bisschen weiter spinnen. Das ist jetzt vielleicht sehr hypothetisch, gebe ich zu. Aber es stehen jetzt auch noch zwei Host-Session-Qualifier an am Sonntag. Da kann er vielleicht sich auch nochmal doppelqualifizieren. Und ja, er ist in der Challenge-Tour gar nicht so weit weg. Da steht er aktuell auf Platz, lass mich schnell schnauen, 15. Dann kommt ja nochmal jetzt bald zeitnah noch ein weiterer Pro-Tour-Block, auch in Hildesheim. Und vielleicht kann er sich ja beim nächsten Challenge-Tour-Block noch weiter nach vorne spielen und könnte dann noch mehr nachrücken. Also, ich weiß, das ist sehr weit hergeholt. Ich sehe das, was du meinst. Das Momentum, wenn er das jetzt mitnimmt. Es öffnen sich jetzt Türen für ihn. Das ist aber halt nicht das erste Mal. Das ist das, was ich meine. Es geht mir überhaupt nicht darum, Franz jetzt total zu kritisieren. Ich sehe nur, dass wir an dem Punkt schon ein paar Mal waren und bin sehr gespannt, wie er das jetzt diesmal weitergeht. Also, ich sehe auch, dass da jetzt Möglichkeiten da sind, die am Ende des Jahres auch dazu führen können, ähnlich wie vielleicht letztes Jahr bei Dragutin Horvath, dass da jemand über so eine Secondary-Tour auch zur WM kommen kann oder vielleicht halt auch auf der Pro- oder European-Tour noch ein bisschen für Furore sorgt. Ähm, und dann, dann ist da vielleicht auch da nochmal was möglich. Also, ich sehe das schon. Ich, äh, bin da nur einfach gebranntes Kind. Du, absolut nachvollziehbar. Ich hätte jetzt nur diesen hypothetischen WM-Weg über die Pro-Tour tatsächlich aufgezeichnet, ne? Also, wenn da jetzt nochmal zwei Qualis kommen sollten vielleicht und dann eben durch Nachrücken nochmal über die gute Challenge-Tour-Platzierung, die er noch verbessern kann. Ja, das ist sehr weit hergeholt, aber ich will es nur mal, wollte es nur mal genannt haben, dass theoretisch diese Möglichkeit besteht. Gut, dann haben wir noch, ähm, natürlich auch noch weitere Hostation-Qualifier mit dabei. Der Name Moritz Hilke ist gerade schon gefallen. Der hat sein Debüt gegeben und das erfolgreich. Gewinnt am Freitagnachmittag mit 6 zu 2 gegen Matthew Dennens. Gut, beide 79 im Average. Nicht zum Angeben, aber trotzdem natürlich sehr, sehr freulich, wenn man beim Debüt direkt dann auch mal siegreich ist und dann das Spiel gegen Riccardo mitnehmen konnte. Da war natürlich dann auch klar unterlegen. Deswegen, Christopher Thondas, 0 zu 6 eingefangen in der ersten Runde gegen Mike Kajvenhoven und Kevin Traubmann, ja, der hat sich sehr gut präsentiert. Fast, äh, ja, auf Augenhöhe gewesen vom Average her gegen Rian van Veen. Beide 95, verletzt er mit 4 zu 6. Ja, das war ein sehr, sehr ordentliches Debüt. Habe ich jetzt auch nicht so kommen sehen, dass er da so gut gegen van Veen mithalten kann. Ja, er ist jemand, der seit Jahren ein Talent ist und der riesiges Potenzial hat und hier auch gezeigt hat, warum. Und da geht es halt dann auch um diesen nächsten Schritt, um diese Konstanz, um das, den Weg, den Franz jetzt schon seit 4 Jahren, 5 Jahren zu gehen versucht. Den, den hat Kevin in kleinerem gemacht und in größerem noch vor sich. Der hat richtig Spaß gemacht. 100, was war das? 127er Bullfinish, 76 gecheckt. Hat da, glaube ich, in der Anfangsphase ein, zwei Möglichkeiten vergeben, die das Resultat nochmal anders hätten gestalten können. Aber er kommt nach 1 zu 4 zurück. Ja, okay. Und dann ist van Veen halt einfach derjenige mit dem Funken mehr Erfahrung. Und ja, das ist natürlich auch absolut beeindruckend, wenn der dann 11 und 12 Darts in der Situation spielt, wo das Match halt einfach kippen könnte. Für Kevin ist wichtig, das Positive mitnehmen, daraus lernen und unbedingt weiter so, weiter so. Und dann werden sich die nächsten Chancen von ganz alleine ergeben. Abgesagt für Kiel hatten kurzfristig Gary Anderson und Gavin Price. Da frage ich mich bei Anderson zum Beispiel auch, muss es dann ja auch irgendwie nochmal Strafen geben? Weil es gab ja letztes Jahr auch die neuen Regeln, dass bei kurzfristigen Absagen dann irgendwann auch Strafen ausgesprochen werden. Gut, bei Price kann man jetzt sagen, immer noch mit seiner Verletzung zu kämpfen, hat sich in der Premier League da gequält. Bei Gary, ja, wahrscheinlich eher keine Lust, weil er schon ein European Tour Event gewonnen hat. Und lustigerweise haben die beiden Nachrücker, Jermaine Watermania und Luke Woodhouse, beide ihr Erstrundenspiel gewonnen. Bei Woodhouse tatsächlich auch jetzt schon öfter, genau, der Fall gewesen. Ähm, was haben wir noch? Ja, Luke Littler, denen wir auch mal eine schwache Performance zugestehen müssen. 84-Gerbic, 3-6 verloren gegen Russell Nyman. Das sollte auch einem Luke Littler mal erlaubt sein, dass sowas passiert, vor allem nach dem Reisestress jetzt auch der letzten Wochen. Und angeblich auch nur vier Stunden geschlafen und nachts sei er noch los von der Premier League aus Leeds. Also das sollte auch ihm mal erlaubt sein, denke ich. Und ja, die üblichen Sorgenkinder, ne? Dirk van Dijvenbode, Dimitri van Beech, der kommt nämlich nach dem UK Open Sieg auch gar nicht mehr irgendwie in den Tritt. Und ja, das waren so die Schlaglichter, glaube ich, vom ganzen Turnierstimmung. Ja, war sehr, sehr fair, fand ich. Es war sicherlich schon mal lauter, so. Hat das Gefühl, dass er jetzt nicht so ganz so stimmungsvoll war, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich fand's sehr, sehr angenehm. Ich glaub, die Sessions waren jetzt auch nicht ganz so dramatisch voll. Wird nicht ausverkauft, aber ist ja auch erst zum zweiten Mal dort gewesen. Ja, dann würde ich sagen, Premier League, oder? Vorletzter Spieltag. Besprechen wir mit dem Sieger bei seinem Heimspiel, Luke Humphries. Was sagen wir dazu? Es war ihm ein wichtiger Abend und für ihn natürlich höchst erfreulich, mit einem neuen Walk-on, mit einem extra Leeds-Shirt, diesen Abend für sich zu entscheiden. Ja, also da gehört schon sehr, sehr viel dazu. Das kannte ich auch total hemmen. Also Michael van Graven hat seit Jahren, glaub ich, zu Hause in der Premier League nicht mehr so richtig den Schalter gefunden. Und Luke Humphries startet mit 109, noch was. Spielt auch ein klar dominantes Halbfinale mit den ersten vier Lecks, über 120 im Average. Das hat irgendwer bei uns im Bericht geschrieben, unplayable. Endspiel 0-2 Rückstand, steht sich ein bisschen selber im Weg mit verpassten Chancen, kommt dann aber zurück, hat das 132er Finish auf seiner Seite und dann kriegt Michael van Graven den einen Matchstart, weil Humphries wieder das Entscheidungsleck schwach anfängt, macht ihn nicht auf Bull und dann macht Coolhand halt 78 zu. Das war ein Abend, bei dem für ihn dann alles gepasst hat. Auch wenn es dann mal nicht lief, hat er einen Weg zurückgefunden. Und das ist schon stark bei etwas, was man ja dann merkt mit all dem, was er an dem Abend aufgefahren ist, wie wichtig es ihm war, so einen rauszuhauen. Auch mit dem Wissen, dass da mit der Playoff-Qualie ja eigentlich auch nicht mehr viel anbrennt. Aber auch mit dem Wissen, dass die letzten Wochen in der Premier League nicht gut gelaufen sind. Das heißt, ähnlich wie Borussia Dortmund geht es da jetzt dann auch darum, für den Moment X, für die Playoffs halt dann wieder in Fahrt zu kommen. Und ich würde sagen, Challenge accepted and completed. Was sagen wir denn zum neuen Walk-On-Song? I-Predictor-Rate von den Kaiser Chiefs. Die bekannten DART-Fans finden natürlich, Kevin Painter sind da Kevin Painter. Ich glaube, der findet das gar nicht so lustig, dass jetzt sein Song in Anführungsstrichen da wieder neu verwendet wird. Wahrscheinlich sieht sich Painter immer noch aktuell als Top-16-Spieler, ne? Ich denke, der sieht sich immer noch als einen der besten Spieler der Welt, so von seinem Verständnis her. Ja, ja, natürlich. Also ich mag den Song. Ich finde es toll, dass er wieder da ist und mache mir über alles andere gar keine Gedanken. Ich habe nur Tweets von ihm von Painter gelesen. Ich kann auch nicht sagen, ob das irgendwie ernst gemacht war oder alles, aber ich glaube, er fand es nicht so lustig. Aber egal, ich finde es auch gut. Ich mag den Song. Tja, Michael van Gerwen, viel Finale, dreht dann 1-3 gegen Price. Es war der erste U90-Average von Gavin Price in diesem Jahr, generell über alle Turniere hinweg. Und Peter Wright wieder desaströs, 82er-Average, haben wir gerade gar nicht besprochen. In Kiel hat sich da eigentlich nahtlos fortgesetzt. Schauen wir vielleicht auf den finalen Abend. Also van Gerwen hat sich jetzt ja auch dann die Playoffs gesichert. Und eine große Frage ist noch offen. Ja, Smith oder Espinel, ne? Die beiden, die sich da dann direkt duellieren. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Tabelle gar nicht genau vor mir. Hilf mir ein bisschen. Ich meine, es ist Vierter gegen Fünfter. Es ist jetzt genau das, dass die Entscheidung, die jetzt halt noch aussteht. Genau, so ist es aus. Die beiden spielen den letzten Playoffplatz aus. Es wird jetzt auch von der PDC dieses Spiel als letztes angesetzt jetzt in Sheffield. Also wir haben Humphreys gegen Price. Da geht es um, ja, eigentlich Nixen. Also Littler hat fünf Punkte Vorsprung. Ich glaube, wenn Humphreys zum Abend gewinnt und Littler leer ausgeht, dann kann das noch, wird das wahrscheinlich so sein, dass Humphreys auf Platz eins landet. Aber ist davon eigentlich nicht so auszugehen, weil Littler gegen Wright spielt. Und ja, der wird ja wahrscheinlich siegreich sein. Van Gerwen gegen Cross. Ich glaube schon, dass Van Gerwen lieber, ja, Dritter wird und nicht Vierter. Ich glaube, er spielt lieber gegen Humphreys als gegen Littler. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird er sagen, I don't kill. Oh, nach gestern. Ja, okay. Ja. Und dann eben, also alles geht es eigentlich im letzten Abend darum, Aspil oder Smith, der Sieger, takes it all. Muss ich dir jetzt sagen, wer das macht, oder? Ja, kannst du sagen. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Momentum spielt für Smith. Ja, bisschen, aber auch noch nicht lange. Also klar, der hat sich zurückgekämpft. Aber für mich sind beide Spieler anfällig für Fehler. 60-40 Smith. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn Espinel genau jetzt wieder zurückfindet. Gut, dann kommen wir zu Darts aus aller Welt. Wir berichten noch mal, was in der letzten Woche im Globus weltweit passiert ist. Die World Series Teilnehmerfelder stehen jetzt für die Events in Down Under in Australien und Neuseeland. Mit dabei sein werden Luke Humphreys, Michael Smith, Gavin Price, Rob Cross, Peter Wright, Luke Littler und Dimitri Vandenbergh, sowie auch Damon Hatter. Michael van Gerwen und Nathan Espinel haben da aus familiären Gründen verzichtet. Zu dem wird Steven Bunting in Kopenhagen und in Gleibels mit dabei sein, wo Van Gerwen und Price abgesagt haben. Dazu natürlich wie immer die lokalen Qualifier bei Vandenbergh. Naja, gut, belohnt man halt den UK Open Sieg. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Spieler aktuell von Form her ist. Aber naja, wollen wir auch nicht weiter diskutieren. Wir haben noch die DPNZ-Tour mit zwei weiteren Turnieren. Da haben wir die Siege für John Haring und Mark Cleaver. Da sind jetzt 8 von 12 Events gespielt. Superdarts Japan. Phil Taylor war zum letzten Mal in Japan beim Superdarts-Event. Soft-Tipp. Er verliert da direkt sein erstes Spiel gegen Tenku Cha mit 1 zu 3. Am Ende gewinnt Sego Azada das ganze Turnier. Und das wird immerhin mit über 50.000 Pfund belohnt. Zudem gab es auch einen neuen Data von Kai van Leung. Da war auch Boris Kritschmer mit dabei, der ja in Hildesheim extra dafür auch verzichtet hatte. Und ja, das Thema, was zuletzt durch die ganzen Social-Media-Accounts ging, das war der zweifache Schlüsselbeinbruch von Kim Haib rechts. Der war als Fan beim belgischen Pokalfinale im Fußball zwischen Royal-Anwerpen und Saint-Gilois. Er war in Brüssel mit dabei und wurde auf dem Rückweg vom Stadion zum Bus angegriffen. Ich habe das nochmal auch nachgelesen, was er gesagt hat. Von einem Motorradhelm auch getroffen worden, dann auf den Boden geworfen. Und dann hat man auf Kopf, Kinn und Schlüsselbein getreten. Aus seiner Sicht hat er nichts getan, nichts gerufen, wurde einfach nur attackiert. Es ist sein Wurfarm, der auch bereits operiert worden ist. Prognose, da kannst du es dazu sagen. Kevin ist sechs Wochen, er möchte aber nach vier Wochen wieder fit sein, um den Qualifier für Anwerpen spielen zu können. Ja, was ist da dein medizinischer Beitrag dazu? Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Also habe mit der einen oder anderen Person gesprochen, die gesagt hat, eigentlich aus deutscher medizinischer Versorgungssicht ab Woche fünf wieder frühestens oder nach Woche fünf frühestens mit dem Training anfangen. Und dann langsam wieder los, so nach dem Motto. Also vier, fünf Wochen gar nicht spielen. Und ja, da ist halt auch die Frage, die Platte, die die da jetzt reingemacht haben, Platte plus Schrauben, wie schränkt ihn jetzt das im Bewegungsverlauf ein? Natürlich ist die Krux das Ganze, dass er sich diese Auszeit nicht wirklich leisten kann. Aber ich finde es schon, nach dem, was ich so weiß, dass man da eigentlich fünf bis acht Wochen braucht mindestens, bis da alles wieder so ist, wie es sein soll. Finde ich es gewagt, da dann so schnell wieder zu wollen und die Gefahr, alles damit noch schlimmer zu machen, ist definitiv da. Das ist definitiv jetzt noch die Vorschau auf die nächste Woche. Wir haben Family League Spieltag Nummer 16 in Sheffield, wie gerade angekündigt. Wir haben am Sonntag die Host Nation Qualifier für Leverkusen und Hildesheim, die letzten beiden deutschen Host Nation Qualifier. Dann den Auftrag der CDC Tour in den USA. Die Asian Tour macht halt für drei Turniere in Malaysia. Wir haben WDF-Events in Lithuon, Zypern, den USA, Neuseeland und auch dem Austrian Darts Festival. Da wirst du ja wahrscheinlich dann auch wieder mit dabei sein und das besprechen wir alles. Also den Livestream kommentieren, ja. Nächste Woche, genau. Das alles dann nächste Woche hier bei Schottler Kompakt, präsentiert bei Bulls am Anfang der Woche, am Montag wieder mit einer neuen Folge. Danke fürs Einschalten. Bis dahin, alles Gute.